Wie ist für dich die Nomination? Es ist eine grosse Ehre und einen schönen Abschluss für eine grosse Arbeit für die Nomination. Und hättest du gedacht, dass Zwingli so eine riesen Empfehlung gehabt? Ich habe es gehofft. Ich denke nicht, man kann davon ja nicht mehr rausgehen heutzutage. Aber ich freue mich sehr und gehofft haben wir das alle hier.